Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplay, Skin Vorstellung. Ja, die Hexe ist da. Wir haben hier die Hemlock. Noch in dieser normalen Version. Ich weiß nicht, ob der später dann das auch macht. Hier diese Schattentasche, Bag of Shadows. Und da haben wir dazu passend die Picke dann auch noch, die Hexology-Hacke, die Richia-X. Und müssen wir mal schauen. Wir gucken uns einfach mal das Gameplay an von der. Auf jeden Fall sieht die ziemlich cool aus. Ich bin mal gespannt, ob die da zwischendrin auch mal diesen Emote da macht, diesen integrierten. Lassen wir es doch einfach mal laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator-Code sofort und gleich ttv. Dann auf annehmen drücken und dann unterstütz uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, also. Mal gucken, ob sie jetzt irgendwas schon macht. Die beschießen sich. Oh ja. Geil, 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 geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Hammer. Ist das geil, ist das geil, Leute, ist das geil. So sieht das dann auch aus, wenn die Picke benutzt wird. Das nächste Mal hier kein Sound gemacht. Also auch relativ leise, diese Picke. Hat ihn aus dem Boot rausgeholt Sieht schon ziemlich fett aus, ehrlich Sieht ziemlich fett aus, das Teil Mega, mega, mega cool Oh, da hinten Ein bisschen peppig Guck mal da, der Style Ja, würde ich mal sagen Mit der SMG Bloom regelt Und der Snipe ist da Und der Snipe Und der Snipe ist da, der Snipe ist da, der Snipe ist da, hat er Was haben wir jetzt diese Lollis, auch dieser Kreis da drin, diese Spirale, aber die Picke ? Ja! Mhm. Ja, jetzt hier alles tatsächlich dann auf die dieser Insel abgespielt. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben, dann schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Was für Zähne, was für Zähne. Und schadet es nächstes Mal wieder heim, wenn es wieder heißt. Ohrringe, ne? Cool. Das heißt, Fortnite Skin Gameplays mit mir immer gleich. Schaut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.